Wir haben das Mikrofon heute hier und wir haben heute an diesem Tag, wollen wir auch Chile mal beachten und berichten über Chile und danach werden wir dann über Bolivien natürlich sehr ausführlich was sagen. Deswegen wird jetzt Nancy Larinas von der Chile Freundschaftsgesellschaft Saroyende sprechen. Querido Pueblo de América Latina y el Caribe, berlineses y berlineses, Chile vive un gran hecho histórico desde el 17 de octubre. Ha abierto la posibilidad de cambios profundos y radicales a un sistema económico, político e institucional excluyente y profundamente desigual. Las movilizaciones y luchas de millones que con esperanza y sacrificio han abierto un camino inédito al enfrentar la dura y sistemática represión. Liebes Volk all Lateinamerikas und der Karibik, liebe Berliner, liebe Berlinerinnen, Chile hat seit dem 17. Oktober ein großes historisches Ereignis erlebt, das die Möglichkeit tiefgreifender und radikaler Veränderungen in einem ausschließenden und zutiefst ungleichen wirtschaftlichen, politischen und institutionellen System eröffnet hat. Die mobilisierung und kämpfe von Millionen, die mit Hoffnung und Opfer einen beispiellosen Weg eröffnet haben, in dem sie sich der harten und systematischen Repression stellen. El presidente Sebastián Piñera declaraba semanas atrás que estábamos en guerra. Esto aceleró la brutalidad del actuar de los militares y policías en contra del movimiento popular. Violando los derechos humanos, dejando víctimas fatales, centenares de personas con daños totales y parciales a sus ojos. Centenares que han vivido torturas físicas y psicológicas, golpizas, violaciones y prisión. President Sebastián Piñera hat vor Wochen erklärt, dass wir uns im Krieg befinden, was die Brutalität der Aktionen von Militär und Polizei gegen die Volksbewegung beschleunigt hat, indem es die Menschenrechte verletzt und tödliche Opfer gefordert hat. Hunderte von Menschen haben ihre Augen völlig oder teilweise geschädigt. Hunderte, die physische und psychische Folter, Schläge, Vergewaltigung und Inhaftierung erlebt haben. Este patrón de actuación en contra de la vida y dignidad de las personas continúa siendo la doctrina de la seguridad nacional, ideada por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos y puestas en práctica mediante el entrenamiento de los distintos ejércitos latinoamericanos en la Escuela de las Américas en Panamá. Doctrina que vemos también en acción en estos momentos en Bolivia y Colombia. Diese Vorgehensweise gegen das Leben und die Würde der Menschen ist nach wie vor die Doktrin der nationalen Sicherheit, die von Regierungen der Vereinigten Staaten entwickelt und durch die Ausbildung der verschiedenen lateinamerikanischen Armeen an der School of Americas in Panamá in die Praxis umgesetzt wurde. Eine Doktrin, die wir auch in Bolivien und Kolumbien in acción sehen. Las violaciones cometidas por los militares y policía han sido constatadas por los organismos internacionales, quienes denuncian al gobierno de Piñera por los casos aberrantes y constantes en contra de la etnidad de las personas. El presidente Piñera, su ex ministro del Interior, Chadwick, y el ministro Blum, enfrentan querellas y denuncias criminales en los tribunales de justicia por sus responsabilidades en contra de la violación de los derechos humanos. Die von Militär und Polizei begangenen Verletzungen wurden von internationalen Organisationen bestätigt, die die Regierung Piñera wegen der abscheulichen und ständigen Fälle gegen die Würde der Menschen anprangern. Präsident Piñera, sein ehemaliger Innenminister Chadwick und Minister Blumell wurden vor den Gerichten wegen ihrer Verantwortung wegen Menschenrechtsverletzung angeklagt und strafrechtlich verfolgt. La respuesta del gobierno de Piñera y la cúpula del poder ha sido la represión, pero hemos visto que se ha sentido corralado ante la presión popular y para mantener el modelo económico, político y social ha llamado a un pacto social denominado Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución del 15 de noviembre del 2019. Lo que se propone es una Constitución determinada en el Congreso que no incluye la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución como lo exige el pueblo chileno. Este es un acuerdo negociado a espaldas del movimiento social la que regulará previamente las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo dicho proceso de pacto social. Este acuerdo no ha sido apoyado por los parlamentarios del Partido Comunista y parte del Grupo de Frente Amplio La Reacción de la Región de Peñera y los centros de la Macht fue Represión pero hemos visto que se ha en el Congreso del Grupo de la Bevölkeración en la Enge detribuido la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia Verfassung, wie sie vom chilenischen Volk gefordert wird, nicht enthält. Dies ist ein Abkommen, das hinter dem Rücken der sozialen Bewegung ausgehandelt wurde, die zuvor die Bedingungen regeln wird, unter denen dieser Prozess des Sozialpaktes durchgeführt wird. Diese Vereinbarung wurde von den Parlamentariern der Kommunistischen Partei Chile und der Teil der Fremde Amplio Gruppe nicht unterstützt. De llamar a los militares, sin consentimiento, del Congreso Nacional. Esta reforma intenta, por medio de la represión, sofocar la protesta social. Quiere responder nuevamente, con más violencia, lo que es un atentado contra la democracia. In den letzten Tagen hat die Regierung die Politik verfolgt, die Anwendung brutaler Gewalt gegen den sozialen Protest im Land fortzusetzen und gleichzeitig einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der dem Präsidenten der Republik die Macht gibt, sich ohne Zustimmung des Nationalkongresses an das Militär zu wenden. Diese Reform, die durch Unterdrückung versucht, den Sozialprotest zu ersticken, will wieder mit mehr Gewalt reagieren, was ein Angriff auf die Demokratie ist. Die Vor-utra-parte, hat echado a andar la campaña del terror, anunciando que más de 300.000 despidos se realizarán este año, hablando de que la cesantía subirá de 7 a 10 por ciento. Con este discurso se busca dividir a la protesta social que sigue luchando en las calles y los sectores que apoyan las demandas, pero a la vez ven necesaria una vuelta a la estabilidad para ser parte de los procesos constituyentes y comienzan a ver que sus puestos de trabajo pueden estar en peligro. Andererseits hat die Terrorkampagne bis zum Jahresende mehr als 300.000 Entlastungen angekündigt, wobei die Arbeitslosenquote von 7 a 10 % gestiegen ist. Dieser Diskurs zielt darauf ab, den sozialen Protest zu teilen, zu spalten, der weiterhin auf der Straße und in den Sektoren kämpft, die die Forderungen unterstützen, aber gleichzeitig die Notwendigkeit einer Rückkehr zur sogenannten Stabilität sehen, um ein Teil der konstituierenden Prozesse zu sein und die beginnen zu erkennen, dass ihre Arbeitsplätze in Gefahr sind. Mientras los empresarios comienzan a movilizar sus fuerzas de choque junto al gremio patronal de los transportistas, quienes hicieron un llevado a deponer las movilizaciones y amenazaron con una paralización. unterdessen beginnen die Unternehmer, ihre Konfrontationskräfte zusammen mit dem Arbeitgeberverband der Transportunternehmer zu mobilisieren, der einen Aufruf zur Absetzung der Proteste machte und mit einer Nehmung trotter. Und hier strebigen, unterdessen werden, die zerstattern. Aber die Chilene talking ist, die Stabilität derды und mit zur Vereinigung des Prozesseurs zu sein und verlassen sind. las Organizaciones Sindicales y Sociales reunidos en torno a la Mesa de Unidad. Quienes con una rapidez asombrosa organizan los cabildos, Asamblea de los Barrios y hacen los llamados a huelgas por todo el país. Pero las protestas duran an y no se descanse y agradecer y agradecer y agradecer de los campos de los chilenos. Y agradecer la coordinación de las organizaciones y organizaciones que se han reunido por el centro de las organizaciones de los nacionales y organizaciones, que se han reunido por el sozio del Ejecutivo. haben, die mit erstaunlicher Geschwindigkeit die Räte, die Versammlung der Nachbarschaften organisieren und zu Streiks im ganzen Land aufrufen. El pueblo unido jamás será vencido. Vielen Dank.